Hallo, ich gehe schnell mal die CDs abgeben. Willkommen zum nächsten Teil der Demo, My Time at Sandrock. Wir haben jetzt auf jeden Fall sieben CDs. Ich möchte das hier. Orging Machine. Oder was ist das? Okay. Wie lange brauchst du jetzt? Wahrscheinlich werde ich es wissen. Irgendwann. Ich habe schon wieder zwei Research Points. Was können wir denn hier machen? Okay. Social ist noch nicht so. Ich bin nicht so social. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Wir gehen schlafen. Das dauert noch, bis das fertig ist. Vielleicht kriegen wir ja heute den Lift fertig. Das wäre ja schön. Der Post. Oh! Wir haben ganz viele Copper Bars. Ich muss noch eine Kiste machen. Oder... Ja, oder kann ich die Sticks machen? Dass wir den Kran fertig bekommen? Ich brauche noch einen Brick. Das muss er nicht. kann keine hopper sticks kann ich keine machen machen muss jetzt noch eine kiste auch noch brick zuerst da brauche ich stein richtig wir holen stein also dann müssten wir doch hopper stick immer noch nicht alles oder die möchte doch den lift jetzt endlich mal fertig bekommen doch wir haben also und stick kriegen wir hin ok und dann haben wir noch dass den letzten break und dann können wir endlich das den kran zusammenbauen den lüft jetzt fehlt mir wieder holz irgendwas ist doch immer was inspektion wir können teilnehmen und unsere werke präsentieren ok jetzt habe ich genug holz und können reputation gewinnen so oh gott der letzte brick ich habe die aufgabe ein bisschen in die länge gezogen weil ich viel quatsch drumherum gemacht habe ich habe ein bisschen zu tun ok 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 Juhu! Ah! Finally! Let's go! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir können jetzt in die Minen, aber wir brauchen dafür wahrscheinlich noch Scanner und ein Jetpack, falls wir uns zu tief graben. Und wir können auch wichtige Erze bei Rocky verkaufen. Hey, guck mal. Ups! Ups! Ach, wir haben ein Jetpack. Und wir haben auch einen Scanner bekommen. Ah. Ich denke, es sollte ein Copper oder ein Summonen sein. Ich habe gerade den Ausgang gesucht. Ich war kurz verwirrt, wo es hier rausgeht. Ja. Hier. Jetzt kann man das verkaufen an Rocky. Oder? Habe ich dem jetzt alles gegeben? Ich habe 80 statt 10 Copperohr. Ich dachte, den Rest kann ich mir vielleicht behalten. Und das Spiel so nein. Wenn du mehr sammeln bist, bist du selbst schuld. Okay, wir haben keine Mission mehr. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nach Hause und wir beenden die Demo an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wie viele Folgen das jetzt sind. Gefühlt 20. Aber es sind bestimmt um die 10. Ich weiß es nicht genau. Wir haben aber ein gutes Stück von der Story gesehen auf jeden Fall. Was ich jetzt noch in Erfahrung bringen könnte, wäre ja... Ach nee, ich habe das doch noch, aber ich kann das dort nicht verkaufen. Ähm... Was wollte ich sagen? Ach so, wartet mal. Ich schaue mal, ob ich euch sagen kann, wann das Spiel erscheint. Oh, gut. 2021. 2021. Also... Irgendwann dieses Jahr wahrscheinlich. Okay, aber... Ähm... Ich beende das Zeig dieser Demo an dieser Stelle. Wir haben viel gesehen. Wir haben einiges gemacht. Ich habe viel Zeit verbracht. Und es gibt sicherlich Leute, die das gern selber spielen möchten. Deswegen... Mit dieser Ansicht würde ich sagen, machen wir Schluss. Danke fürs Zuschauen bei dieser Demo. Ich hätte nicht gedacht, dass die Demo so lang geht. Und ich weiß auch nicht, wie lang sie noch weiter geht. Aber... Bei uns ist jetzt Schluss. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr solche Spiele mögt. Ob das was für euch wäre. Und ob ihr vielleicht My Time at Porsche, also den Vorgänger quasi gespielt habt. Und was ihr denn von My Time at Sandrock haltet. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderbaren, schönen Tag. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Hier auf diesem Kanal. Mit was auch immer. Bis dahin. Bleibt gesund und macht's gut. Bye bye. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.